Und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword Schade Da bist du ja, Link! Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist und dich von der Luft aus gesucht Und, hast du deinen Wolkenvogel gefunden? Hm... Bader und seine Kumpels sollten sich oft dort hinten herumtreiben. Gehen wir! Hm? Wer... Wer ruft da? Oh, tut mir leid. Ich war kurz abgelenkt. Gehen wir! Ja, ja, das ist... Na gut, dann gehen wir halt langsam und gemächlich diesen Hang hinunter Na gut, dann sprinten wir halt, die ungeduldigen Banausen! Ah! Da ist er ja! Ah! Dein Wolkenvogel! Hm... Zelda! Was sollen wir nun tun? Ah! Ich verstehe! Fässer! Fässer! Das ist die Lösung! Ah! Ich verstehe! Also... Zelda, wir machen das ganz einfach wie in Wind Waker nur anders herum! Du blockierst jetzt einfach mal meine Pfeile, Fässer! Höpf! Haha! Es klappt! Schön! Wie schrecklich! Link! Kannst du diese Bretter vor der Höhle nicht irgendwie entfernen? Äh... Nein, ich weiß nicht wie! Ich... Ich kann nichts machen! Ich... Was soll ich nur tun? Wolkenvogel, geht es dir gut? Anscheinend nicht! Du bist eingesperrt! Naja, gut! Ich versuche einfach mal die Knoten mit einem gezielten Fasswurf zu lösen! Es funktioniert natürlich nicht! Na gut, dann! So, gut! Seid ihr glücklich? Seid ihr glücklich? Ich meine, mit Fässern das ganze öffnen wäre natürlich sehr viel sinnvoller gewesen, aber... Meine Finger machen es auch mit einem Schwert! Ha! Bandausen! Oh, sehr schön! Naaah! 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 Naaah... Naaah! Naaah! Hey, Link, diese Stimme. Hast du das gehört? In letzter Zeit habe ich das oft. Ich habe das Gefühl, als rufe mich irgendjemand. Von dort unten. Link, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Alle sagen, da gäbe es nichts. Aber was heißt das? Da ist nichts. Ich kann daran nicht glauben. Ich auch nicht. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat sich je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen und selbst nachsehen. Tut mir leid, dass ich dir sowas erzähle. Komm schon, lass uns gehen. Sieh doch, auch dein Wolkenvogel wartet auf dich. Wenn du besprungen bist, musst du Steuerkosten nach unten drücken. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Ja. Dann mache ich das mal. Auf die Plätze fertig und... Trap! Mach das selbst. Muss ich drücken? Ich weiß es nicht. Ich drücke selber, ich drücke selber, ich drücke selber, ich drücke selber, ich drücke selber. Ne? Ja, ich muss selber drücken. Okay, alles klar. Gut. Und... Aufgesprungen! Wuhu! Ich hoffe, ich habe das Fliegen noch raus. Hehe. Ah! Na ja. Hält sich in Grenzen. Ja, irgendwie war es schütteln. Schüttel, schüttel, schüttel. Ja. Oh Gott. Nach der ganzen Aufregung sollten wir erst nochmal alles durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, Link? Ja, ich fühle mich bereit. Du bestimmst die Richtung, in die der Wolkenvogel fliegt. Denn wie 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 vermittelt du nach links und nach rechts neigst? Oder nach unten oder nach oben und schüttelst? Und was auch immer. Aber das erzählst du ja gleich. Falls du schneller fliegen möchtest, bewege die Vifern mit dem Rot ruckartig nach oben und unten, um an Höhe zu gewinnen. Und neige sie dann nach unten. Immer wieder ruckartig nach oben und unten und... Äh, unten fliegen und dann nach unten neigen. Das ist der ganze Trick. Jupp, klingt einfach. Und, ist mit deinem Wolkenvogel alles in Ordnung? Ja. Wenn du auf deinem Wolkenvogel reitest, drücke ich jederzeit 2, um dir die Steuerung anzeigen zu lassen. Na okay, alles klar. Außerdem kannst du A drücken, um kurz zu beschleunigen oder anzugreifen. Drücke B, um langsamer zu werden. Also... Ah, Entschuldigung. Oh Gott, ich bin gegen den Popfilter gekommen. Gegen den Popschutz. So. Was passiert eigentlich, wenn ich ganz nach oben fliege? Äh, anscheinend nichts. Link, ich hatte schon die schlimmsten Befürchtungen. Aber dein Wolkenvogel scheint dir in Ordnung zu sein. Vater, die anderen warten sich ja schon. Beilen wir uns. Okay, alles klar. Dann hatten wir doch noch unsere kleine Flugstunde mit Zelda. Ich hoffe, das ist jetzt trotzdem grad nicht so laut gewesen. Hehe. Möchtest du das Spiel speichern? Boah, meinetwegen. Das dauert ja nicht lang. Und sicher ist sicher. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute schon durchmachen musste. Ich werde nur meinen Vater berichten. Alles klar. Bis gleich, Zelda. Da, da, da. Bado, du Truggle. Hey, Link. Äh, hey, Link. Ach, du hast ein Federvieh gefunden. Wir haben hier seit dem Morgen geübt. Warum kriegt ein Nichtskönner wie du eigentlich immer eine extra Wurst, hä? Und jetzt taust du ja noch mit Zelda auf. Allein traust du dich wohl nicht, was? Uh, Zelda-Lein und ich sind schon seit unserer Kindheit gute Freunde. Da bildest du dir mächtig drauf was ein, stimmt's? So ist es doch, oder? Hehe. Bado redet die ganze Zeit davon, dass er Zelda heiraten wird und sie dann für immer zusammen sind. Hehe. Hihihi. 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 Ha. Der Sieger der Zeremonie, und das werde natürlich ich sein, erhält von der Vertreterin der Göttin, also Zelda, den Paraschal. Und niemals werde ich zulassen, dass jemand anderes mir dieses Geschenk wegschnappt. Er ist von dir selbst gemacht. Die Paraschal, die sie selbst getragen hat, in meiner Hand. Ja, riecht bestimmt toll. Ach. Und dann noch die Zeremonie für den Sieger auf der Statue der Göttin. Nur wir beide, ungestört. Zelda und ich, ganz alleine. Da oben. Hihihi. Hihihi. H-h-h-h-h-h. H-h-h-h-h-h-h-h-h-h. 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 Ich brauche was zu trinken. Was ist denn? Stört mich nicht. Wir beide, wie? Ganz alleine, ja? Ja, genau. Ja, also Link, gut, dass du deinen Vogel gefunden hast. Das wird ein guter, ehrlicher Wettkampf. Bis dann, Zelda. Und bei der Zeremonie, immer schön auf mich schauen. Ja, ich bin der, der fliegen kann. Ach, ja. Hey, Bardo, warte auf uns! Ein guter, ehrlicher Wettkampf? Da hätte ich einiges dazu zu sagen. Link, kümmere dich nicht darum, was sie sagen. Gib heute dein Bestes. Ich glaube an dich. Versprichst du mir zu gewinnen? Ähm, klar. Nur wir zwei? Ja, klar doch. Genau, mit dieser Einstellung kannst du nur gewinnen, Link. Die Vogelreiter-Zeremonie beginnt. Die auserwählten Schüler bitte zum Start. Alles klar. Also, Gras... Äh, Gras, nein. Stras... Äh, Strux... Gra... Ich hab die Namen vergessen. Tut mir leid. Bardo und Link. Tut mir leid. Also dann, Link. Bis gleich. Äh, also dann, Link. Bis gleich. Voll männliche Zelda. Aha. Haha. Und jetzt frage ich mich gerade, woher diese... Trompeten kamen. Sehr gut. Beginnen wir also mit der Vogelreiter-Zeremonie. Es sah erst so aus, als würde Link nicht teilnehmen können. Aber jetzt sind sie alle hier. Ich erkläre nun die Regeln. Ich lasse nun einen Wolkenvogel fliegen, der eine Vogelfigur trägt. Auf mein Signal sprintet ihr durch Drücken von A los und springt vom Steg ab. Vergisst mir nach dem Abspringen, äh, vor lauter Aufhebung, bloß nicht nach unten zu drücken und eurem Wolkenvogel zu rufen. Sieger ist, wer als erstes die Vogelfigur in seinen Besitz bringt. Nicht so schwer, oder? Habt ihr die Regeln verstanden? Ja. Gut. Der Sieger rückt in die Oberstufe der Ritterschule vor. Außerdem wird ihm eine große Auszeichnung verliehen. Die Auszeichnung wurde von der jungen Dame, die als Vertreterin der Göttin auserwählt wurde, persönlich angefertigt. Und zum 25-jährigen Jubiläum... Unsere Schule wird die Übergabe dieser Auszeichnung auf der Statue der Göttin stattfinden. Die Vertreterin der Göttin, die ihren selbst angefertigten Preis dieses Jahr persönlich überreichen wird, ist, wie ihr wisst... Zelda! Die zeigt, was ihr bei unseren, äh, bei euren täglichen Übungen gelernt habt. Und ich will nicht sehen, dass jemand mit Gegenständen wirft oder andere Teilnehmer angreift. Das gilt besonders für dich, Bardo! Hey! Alle auf ihre Plätze. Und ich bin aufgeregt. Los! Hüpp, 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 springen, springen, springen! Und Tügel rufen! Hüpp, und wir sind als Erste in der Luft. So beginnt es gut. So, mal gucken. Schnell nach oben schwingen. Und dann im Steilflug einfach runter. Ich hoffe, das kriege ich jetzt diesmal schnell hin. Es kann unter Umständen auch durchaus manchmal länger dauern. Äh! Nee, ich muss nochmal hoch. Sturzflug! Sturzflug! Nein! Bardo, Mann! Dräng mich nicht ab! Ah, komm. Nee, ich muss an Höhe gewinnen. Und dann im Steilflug den Vogel erwischen. Anders hat das keinen Sinn. Nee. Ich muss noch höher. Ich muss höher hinaus. Ja, sieht gut aus. Ja, sehr schön. Und gleich hab ich's! Hey, was soll das? Das ist mein Triumph, nicht deiner! Ja! Mann, was soll das? Du wachst dich mit Bardo anzulegen. Nimm dies, kleiner. Yoshi-Eier! Oh nein! So zielgenau. Höher. Noch viel höher, Link. Und... Mega Sturzflug! Mega Sturzflug! Äh... Hat kaum etwas gebracht. Nein, das... Oh! Ich hätt ihn fast gehabt. Ah! Okay, das muss ich nochmal... Ja, Sturzflug, Sturzflug, Sturzflug. Und... Komm schon! Ja, endlich. Gut. Ja, das hat ja gepasst. Du hast die Vogelfigur erhalten. Diese Figur weist dich als Sieger des heutigen Zeremonienwettflugs aus. Zelda wird sich freuen. Und ich glaube... Man kann diese Zeremonie nur gewinnen. Also von daher. Ich freu mich trotzdem. Link! Ja? Alter, du Verrückte! Ich hab dich! Oh, Mann! Das war knapp! Warum tust du sowas Verrücktes? Sei nicht so ängstlich! Ich hatte... Ah! Herzlichen Glückwunsch, Link! Die hätte was passieren können! Die Zeremonie geht weiter. Auf zur Statue der Göttin! Zelda! Also wirklich... Du hast die Nerven weg... Äh... Die Nerven wie Drahtseile. Das wollte ich damit sagen. Und... Oh! Äh, 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 äh! Link, du musst nur in die Vogelfigur... Der Göttin da bringen. Also, mir! So sah die nicht gerade eben noch anders aus, oder? Nee, ich hab nicht so genau drauf geachtet. Hat es irgendwas... Oh! Ich mach ruhig. Okay. Große Göttin, die du uns seit Urzeiten beschützt. An deiner Stelle führe ich diese Zeremonie aus, hoffend auf deinen Segen. Siegreicher Jungling, nach alter Sitte schenkt dir die Göttin ihren Segen. Auf das die Winde dir und deinem Volkenvogel stets gewogen sein mögen. Der Segen der Göttin, ein weißes Segel, tanzend im Wind. Für dich. Du hast den Paraschal erhalten. Mit ihm kannst du auch dann sicher landen, wenn du von hohen Orten hinab springst. Er riecht vertraut. Was soll das denn? Das ist eine heilige Zeremonie. Dieser Paraschal. Man sagt, dass die Göttin ihn seit Urzeiten den von ihr Auserwählten zukommen lässt. Aber natürlich kommt dieser Schal nicht direkt von der Göttin. Ich habe ihn selbst für den heutigen Gewinner gewebt. Ich bin so froh, dass du ihn bekommen hast. Pass gut auf ihn auf, ja? Na klar doch. Danke, Link. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Jetzt noch mal kurz auf die Vogelstadt zu sprechen bekommen. Ich glaube gerade gesehen zu haben, dass die grün war. Ich habe die Vermutung, dass die Farbe der Vogelstatue das Outfit angibt, wie der Sieger, der dieser Prüfung halt immer gekleidet wird. Also Farbe von der Statue gleich Farbe von der Kleidung, die er bekommen wird. Ich denke, ich spoilere nicht zu viel, dass wenn ich sage, Linkskleidung wird grün sein. Ich denke, das ist bekannt. Egal. Auf jeden Fall ist Zelda glücklich, dass wir hier sind. Ja. Ich auch. So, das war es also. Du weißt, was du jetzt tun musst? Oder etwa nicht? Leute! Ich habe auf jeden Fall Angst. Ich will nicht. Ich verschiebe das ganz lieber auf den nächsten Part und sage dann, bis zum nächsten Mal. Und, äh, ich will das wirklich nicht tun. Bis zum nächsten Mal.